Welche Strafe erwartet mich beim Besitz von Marihuana und Haschisch und Cannabis-Produkten? Die Regierungsparteien haben im Koalitionsvertrag die Legalisierung beschlossen. Das heißt keine vollständige Legalisierung, sondern es soll der Verkauf an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften erlaubt werden. Wann es soweit sein wird, steht in den Sternen. Aktuell ist die Legalisierung erstmal nach hinten verschoben. Das heißt wir rechnen damit, dass vor 2023 wir nicht mit einer Legalisierung rechnen können. Auch das Jahr 2023 wird schwierig zu halten werden. Grund genug uns jetzt damit zu beschäftigen, mit welchen Strafen ich denn rechnen kann, wenn ich in Deutschland aktuell mit 5 Gramm Marihuana in einer Fußgängerzone erwischt werde oder mit 20 Gramm oder mit einem Kilo im Kofferraum. Vorausgeschickt. Der Bundesgerichtshof geht in einer sehr interessanten Entscheidung davon aus, dass die Menge von Betäubungsmitteln für das Strafmaß zwar auch maßgeblich ist. Das heißt die Strafe wird im Betäubungsmittelstrafrecht natürlich zum großen Teil an der Menge bemessen. Aber es gibt noch sehr viele andere Strafzumessungskriterien und jeder Fall ist anders. Das heißt meine Prognosen in diesem Video sind nur Nährungswerte und Durchschnittswerte aus unserer Erfahrung. Das heißt es ist nicht dann mit Sicherheit damit zu rechnen, dass ich sage, wenn ich 50 Gramm Marihuana dabei habe, kriege ich diese Strafe. Sondern es kann auch deutlich nach oben oder natürlich auch deutlich nach unten gehen. Unsere Schätzungen sind aber vorsichtig und orientieren sich eher an Süddeutschland. Das heißt Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, die eher südlichen Bundesländer, um auf der vorsichtigeren Seite zu sein. Gehen wir davon aus, ich werde mit 5 Gramm Marihuana oder 5 Gramm Haschisch, das macht in der Größenordnung keinen Unterschied, in der Fußgängerzone von der Polizei erwischt. Alle unsere Prognosen gehen aus vom unvorbestraften Erwachsenen. Das heißt ein über 21-Jähriger, der keine Vorstrafen, keine Eintragung in den Bundeszentralregister hat und nie mit Betäubungsmitteln auffällig war. Also ich werde mit 5 Gramm Marihuana in der Fußgängerzone von der Polizei erwischt. Was passiert? Es gibt die relativ bekannte Eigenbedarfsregelung des § 31a Betäubungsmittelgesetz. Die Staatsanwaltschaft kann die Verfolgung von Betäubungsmittelstraftaten zum Eigenbedarf bei geringen Mengen einstellen. Und die Praxis geht auch so weit und es ist auch Meinung des Bundesverfassungsgerichtes, dass geringe Mengen zum Eigenbedarf eingestellt werden müssen beim erwachsenen Ersttäter ohne Sonderverhalten. Diese geringe Menge zum Eigenbedarf liegt in den meisten Bundesländern bei 6 Gramm. Das heißt unter 6 Gramm werden mit nahezu Sicherheit beim Ersttäter nach § 31a BTMG eingestellt, wenn kein Sonderfall vorliegt. Das heißt Abhängigkeit, Konsum in der Öffentlichkeit, Abgabe an Dritte, natürlich ist ja kein Eigenbedarf mehr oder irgendwie eine Sonderstellung. Das heißt ich bin irgendwie Arzt, Anwalt, Polizist. Das würde natürlich zu einer anderen Entscheidung führen, aber bis zu 6 Gramm in den meisten Bundesländern im Standardfall eingestellt. In manchen Bundesländern sind es sogar 10 und in Berlin und Bremen zum Beispiel sind es 15 Gramm. Aber wir gehen jetzt hier eher von einer vorsichtigen Schätzung aus. Was wäre jetzt, wenn ich in einem konservativeren Bundesländern mit 15 Gramm Marihuana übischt werde? Dort ist dann nach § 31a liegt keine geringe Menge zum Eigenbedarf mehr vor, sondern wir sind in der sogenannten Normalmenge. Was passiert mir? 15 Gramm Marihuana im Rucksack, in der Fußgängerzone, im Auto oder sonst wo? In der Normalmenge sind wir im § 29 Absatz 1 Nummer 3, Besitz, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Bei 15 Gramm sind wir natürlich bei einer sehr milden Droge und bei einer relativ geringen Menge. Das heißt, wir wären in einer geringen Geldstrafe. Aber bei milden Delikten, bei geringer Schuld, kann die Staatsanwaltschaft Verfahren gegen Geldauflage einstellen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft würde sagen, okay, ja, wir sind über der geringen Menge zum Eigenbedarf, aber wir sind jetzt noch in einem Bereich, der jetzt nicht deutlich darüber hinausgeht und dann kann die Staatsanwaltschaft deswegen Geringfügigkeit einstellen gegen Geldauflage nach § 153a Strafprozessordnung. Das heißt, in der Größenordnung werde ich dann irgendwie im Bereich um 500 Euro oder um ein halbes Monatsgehalt schätzungsweise an eine gemeinnützige Einrichtung oder an die Staatskasse zahlen und im Gegenzug wird das Verfahren eingestellt. Heißt, keine Anklage, es geht nicht vor Gericht, kein Eintrag im Bundeszentralregister, ich gehe mit weißer Weste aus dem Verfahren raus. Was passiert, wenn ich mit 30 Gramm Marihuana im Rucksack von der Polizei erwischt werde? Viele werden jetzt zu Recht einwenden, ja, die Bruttomenge 30 Gramm, es kommt doch auf den Wirkstoffgehalt an, THC und nicht auf die Bruttomenge. Das ist richtig. In dieser Größenordnung, das heißt, im niedrigen bis mittleren zweistelligen Gramm-Bereich wird die Staatsanwaltschaft aber den Wirkstoffgehalt nicht testen, sondern schätzen. Also bei 30 Gramm Marihuana gibt es kein Wirkstoffgutachten, weil wir sind weit weg von der sogenannten nicht geringen Menge. Das heißt, der Staatsanwaltschaft wird es relativ egal sein, ob das jetzt 11, 13 oder 18 Prozent THC enthalten hat, sondern die werden anhand der Bruttomenge schätzen und zwar vorsichtig, meistens 5, 8 oder 10 Prozent. Das heißt, es ist eigentlich noch eine relativ gute Schätzung für den Angeklagten oder für den Beschuldigten und dann wird die Staatsanwaltschaft anhand der Bruttomenge entscheiden. Das heißt, was passiert mir jetzt bei 30 Gramm Marihuana? Bei 30 Gramm Marihuana sind wir wieder in der normalen Menge, ziemlich eindeutig. Das heißt, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Zu schätzen wären bei 30 Gramm erfahrungsgemäß irgendwas um ein Monatsgehalt. Geldstrafe. Das heißt, mit Verurteilung im Strafbefehlsverfahren, im schriftlichen Verfahren, ohne Gerichtsverhandlung. Ich werde quasi im schriftlichen Verfahren per Brief zu einer Geldstrafe verurteilt und die wird sich irgendwo bewegen um ein Monatsgehalt meines eigenen Netto-Monatslohns. Das heißt, vielleicht etwas unter einem Monatsgehalt, vielleicht auch eineinhalb Monatsgehälter, je nachdem, je nach Bundesland und je nach Einzelfall. So um den Bereich werden wir uns hier bewegen. Dann geht es weiter. Ich werde mit 50 Gramm Marihuana im Rucksack kontrolliert. 50 Gramm Marihuana ist dann schon relativ ernst zu nehmen. Dann werden viele sagen, 50 Gramm Marihuana, das ist doch Handel, da muss ich doch Händler sein. Das ist ein Dealer bei 50 Gramm, das ist doch kein Eigenbedarf mehr. Es ist völlig egal, weil auch die eindeutige Rechtsprechung besagt und alleine schon der Gesetzeswortlaut, dass die reine Menge kein Nachweis für Handeltreibend ist. Das heißt, ob ich jetzt 50, 100 oder 500 Gramm dabei habe, ist für sich genommen kein Nachweis für Handel, sondern ich werde immer nach dem Besitz beurteilt. Heißt, 50 Gramm ist jetzt auch nicht abwegiger als Eigenbedarf, weil 50 Gramm, jemand, der relativ viel konsumiert, wird da keinen Monat dafür brauchen, um das zu verbrauchen. Bedeutet 50 Gramm im Rucksack, was habe ich zu erwarten? Wir sind wieder in der normalen Menge, wieder in Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Wir sind wieder in der kleinen Geldstrafe im Strafbefehlsverfahren. Sehr wahrscheinlich bei 50 Gramm irgendwas zwischen vielleicht 1,5 bis 3 Monatsgehätern ist es noch gut zu schaffen, bis zu 90 Tagessätzen zu erreichen. Das ist die Grenze von 3 Monatsgehätern. Bis zu dieser Geldstrafen-Grenze wäre ich als Ersttäter nicht vorbestraft. Das heißt, ich kriege für 50 Gramm jetzt zum Beispiel in München ein Strafbefehl wegen 90 Tagessätzen Geldstrafe, dann wäre ich nicht vorbestraft, hätte keinen Eintrag im Führungszeugen. Bin ich fein raus. Dann wird es langsam interessant. Ich werde mit 100 Gramm Marihuana im Rucksack aufgehalten. Die Polizei findet bei mir 100 Gramm Marihuana. In dieser Größenordnung muss die Staatsanwaltschaft ein Wirkstoffgutachten anordnen, weil, wenn man jetzt rechnet, der ungefähr durchschnittliche Wirkstoffgehalt von Marihuana liegt bei um die 13%. Je nachdem, welches Jahr man annimmt und welche Statistik man es ratet, sieht irgendwo bei 13,3, 13,8%. Das heißt, wir wären bei 100 Gramm irgendwo mit Sicherheitsabschlag bei 12% THC. Das heißt, 12 Gramm THC. Und dann kommt die nicht geringe Menge zum Tragen. Die nicht geringe Menge ist eine Menge, vor der viele Angst haben, auch nicht ganz zu Unrecht, weil dann haben wir die Strafbarkeit des Besitzes in nicht geringer Menge. Man muss unterscheiden im Betöbungsmittelstrafrecht zwischen der geringen Menge zum Eigenbedarf, der Normalmenge dazwischen und der nicht geringen Menge. Die nicht geringe Menge ist dann das Verbrechen. Das heißt, Strafandrohung, Mindestfreiheitsstrafe, ein Jahr, Ausnahme, es ist ein minderschwerer Fall. Das ist § 29a Absatz 1 Nummer 2, Besitz in nicht geringer Menge, Strafrahmen, ein bis 15 Jahre, außer beim minderschweren Fall wären es dann drei Monate Mindestfreiheitsstrafe. Also, was passiert bei 100 Gramm Marihuana? Bei 100 Gramm Marihuana bist du in Süddeutschland noch gut im Geldstrafenbereich. Das heißt, bei 100 Gramm Marihuana, einer weichen Droge als Ersttäter, wirst du sehr schön in den münderschweren Fall kommen, in die Geldstrafen. Und dann bewegen wir uns in Süddeutschland irgendwo zwischen drei und fünf bis vielleicht sechs Monatsgehältern Geldstrafen. Das heißt, bei 100 Gramm ist es sehr schwierig, noch ohne Vorstrafe rauszugehen. Das heißt, du wirst sehr wahrscheinlich einen Eintrag im Führungszeugnis bekommen, aber wir bewegen uns in einem Bereich, wo wir noch schön eine Geldstrafe erreichen. Es wird zwar dann teuer, das heißt, drei Monatsgehälter ist das absolute gesetzliche Minimum. Weniger geht nicht, außer in extremen Einzelfällen. Und das Maximum wäre ein halbes Jahresgehalt. Irgendwo um den Bereich werden wir hier liegen. Dann geht es weiter. Ich werde mit 250 Gramm Marihuana aufgehalten. Bei 250 Gramm muss die Staatsmannschaft ebenfalls wieder ein Wirkstoffgutachter anordnen. Dann wären wir irgendwo beim zweieinhalb bis vierfachen der nicht geringen Menge. Dann wird es schon schwieriger, in einen minderschweren Fall zu kommen, aber noch schön möglich. Das heißt, wenn es richtig gut läuft, wären wir dann auch noch im Geldstrafenbereich. Das heißt, vielleicht irgendwo um vier, fünf, sechs Monatsgehälter Geldstrafe. Aber es kann sehr, sehr gut auch zu einer Freiheitsstrafe kommen. Das heißt, da bewegen wir uns dann freiheitsstrafenmäßig irgendwo zwischen sechs Monaten und neun oder zehn Monaten. Dafür müsste es aber schon schlecht laufen. Das heißt, bei quasi einem Viertelkilo, 250 Gramm Marihuana, wäre dann jetzt quasi bei den strengeren Gerichten und Staatsanwaltschaften in Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel, schon mit einer Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und vielleicht neun Monaten zu rechnen. Die müsste natürlich zur Bewährung ausgesetzt werden. Weil als erwachsener Ersttäter mit einer weichen Drogebesitz, mutmaßlich natürlich zum Eigenbedarf, wäre die Kriminalprognose natürlich per se schon positiv. Das heißt, dann müsste das auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Und in der Praxis ist es auch in den aller, allermeisten Fällen so. Also 250 Gramm Marihuana beim Ersttäter, da eine Freiheitsstrafe zu bekommen, habe ich persönlich noch nie erlebt in einigen tausend Fällen. Dann geht es weiter. 500 Gramm, ein halbes Kilo. Da werden einige noch mehr schreien und viele Staatsanwälte auch schreien, ja, das ist Handel. 500 Gramm, das kann niemand für sich selbst brauchen. Meistens haben die Leute dann auch noch eine Waage dabei, weil wenn ich für dann doch nicht wenig Geld Marihuana einkaufe, dann möchte ich auch natürlich nicht beschissen werden. Und deswegen nehme ich natürlich die Waage mit. Also von dem her, auch die Waage spricht jetzt nicht für sich alleine für Handel treiben. Aber halbes Kilo ist ja dann schon ganz ordentlich. Halbes Kilo wäre definitiv dann mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Freiheitsstrafenbereich. Das heißt, Geldstrafen bei 500 Gramm wären relativ selten. Das ist in Süddeutschland sehr selten. In Norddeutschland vielleicht gut möglich. In Süddeutschland wäre definitiv mit einer Freiheitsstrafe auch wieder zur Bewährung zu rechnen. Vielleicht sechs Monate bis irgendwie vielleicht zwölf. Sechs bis zwölf Monate, ja, so wäre jetzt drin bei einem halben Kilo. Also in den ganz strengen Bezirken oder bei den sehr strengen Amtsgerichten und Staatsanwaltschaften könnte es beim halben Kilo sogar drüber gehen. Das heißt, da wären auch ein Jahr zwei Monate, ein Jahr drei Monate dann mit Bewährung auch drin. Für einen Haftbefehl dürfte es noch nicht reichen, weil es oft so ist, dass bei großen Mengen die Staatsanwaltschaft pauschal behauptet, ja, aufgrund der großen Menge ist mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe zu rechnen. Und deswegen ist ein erhöhter Fluchtanreiz gegeben, also wegen Fluchtgefahr Haftbefehl. Bei 500 Gramm ist das abwägen. Es passiert natürlich in der Praxis, das ist aber höchst rechtswidrig und meines Erachtens ist schon fast im strafbaren Bereich. Also jemand wegen 500 Gramm einen Haftbefehl auszustellen und den Monate unschuldig, weil die Unschuldsvermutung gilt ja, bevor ich verurteilt bin, in Haft zu lassen, obwohl jeder weiß, dass ich bei 500 Gramm definitiv mit einer Bewährungsstrafe zu rechnen habe, ist meines Erachtens eine Freiheitsberaubung im Amt. Jetzt geht es weiter. Ein Kilo Marihuana habe ich im Rucksack und werde kontrolliert. Was passiert? Bei einem Kilo sind wir definitiv in einer nicht geringen Menge, wahrscheinlich irgendwo in der 10- bis 15-fachen der nicht geringen Menge erfahrungsgemäß. Das sind Mengen, die in der Praxis kaum mehr als minderschwere Fälle beurteilt werden. Es gibt zwar Rechtsprechung dazu, dass auch 9, 10, 12-fache nicht geringe Menge noch ein minderschwerer Fall sein kann. Dafür müssen aber Ausnahmefälle gegeben sein. Heißt, bei einem Kilo ist kaum mehr mit einem minderschweren Fall zu rechnen. Es funktioniert in der Praxis hin und wieder, aber insbesondere in Süddeutschland wird es schwierig. Meistens ist dann die Freiheitsstrafe irgendwo zwischen einem Jahr und einem Jahr sechs Monaten. Kann selbstverständlich zur Bewährung ausgesetzt werden. Da wir hier definitiv in einer nicht geringen Menge sind, muss es zur Hauptverhandlung kommen. Das heißt, es gibt keine Entscheidung mehr im schriftlichen Verfahren. Einstellung ist sowieso keine mehr möglich. Das heißt, es wird vor Gericht verhandelt. Ich sitze als Angeklagter vor Gericht und werde vor Gericht verurteilt. Bei einem Kilo gibt es dann schon ausnahmsweise extreme Amtsgerichte, Ermittlungsrichter und Staatsanwaltschaften, die Haftbefehl beantragen und erlassen. Das heißt, bei einem Kilo ist es zwar sehr unwahrscheinlich, dass ich in Untersuchungshaft gehen werde, aber es ist möglich. Leider. Weil, wie wir gerade gehört haben, bei einem Kilo es trotzdem noch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass ich eine Bewährungsstrafe bekomme. Das heißt, ich nicht in Haft muss, sondern die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Das heißt, ich muss keinen Tag in die JVA, sondern die Freiheitsstrafe schwebt quasi über mir und ich muss nur die Bewährungsauflagen und Weisungen befolgen. Und wenn ich nicht weiter straffällig werde, dann wird nach zwei, drei, vier oder fünf Jahren die Strafe getilgt und ich bin keinen Tag in Haft gewissen. Zwei Kilo Marihuana. Mit was habe ich zu rechnen? Bei zwei Kilo wird es richtig, richtig eng, noch irgendwie einen minderschweren Fall zu schaffen. In der Praxis ist es kaum mehr möglich. Das heißt, wir sind bei zwei Kilo beim 20 bis 35-fachen der nicht geringen Menge. Hier wird kaum mehr ein minderschwerer Fall angenommen. Das heißt, ich befinde mich irgendwo oberhalb von einem Jahr. Je nach Bundesland-Einzelfall, wenn es gut läuft, irgendwo zwischen einem Jahr drei, einem Jahr sechs Monaten und zwei Jahren. Das heißt, noch gut bewährungsfähig. Bei zwei Kilo gibt es aber schon relativ häufig dann auch Haftbefehle wegen Fluchtgefahr, weil die Staatsanwaltschaft sagt, ja, aufgrund der großen Mengen ist mit einem erhöhten Fluchteinreiz zu rechnen, bla bla bla. Ja, meines Erachtens rechtswidrig, weil eine Bewährungsstrafe noch überwiegend wahrscheinlich ist. Aber bei zwei Kilo gibt es ganz, ganz vereinzelt auch schon Haftstrafen ohne Bewährung. Das heißt, über zwei Jahre. Dann geht es weiter. Vier Kilo Marihuana. Ich muss vorweg schicken, in dieser Größenordnung ist es schwierig, dann noch konkrete Prognosen abzugeben, weil jeder Fall anders ist. Und beim Fall von vier Kilo werden die Fälle so genau geprüft, dass es keine so standardisierten Vorgehen wie bei sechs Gramm, 50 Gramm gibt, sondern da wird jeder Fall ganz genau geprüft vom Gericht. Und die Fälle sind dann kaum mehr vergleichbar. Außerdem sind die Fälle dann auch relativ selten, sodass es auch bei Gericht und Staatsanwaltschaft keine gängige Praxis gibt, dass man das jetzt konkret abschätzen könnte. Bei vier Kilo ist es so, dass man in Süddeutschland schon relativ häufig dann Haftbefehle bekommt. Man kann zwar noch gut dagegen vorgehen und kriegt die auch außer Vollzug gesetzt, aber jetzt zum Beispiel in München, Stuttgart, Frankfurt am Main bei vier Kilo Marihuana wäre man schon im Bereich, wo relativ häufig Haftbefehle ausgesprochen werden, die man aber wie gesagt relativ gut auch außer Vollzug gesetzt bekommt. Mit was ist jetzt zu rechnen bei vier Kilo? Wenn es richtig gut läuft, sind gerade noch wahrscheinlich zwei Jahre Mitbewährung drin. Da sind wir aber schon an einer Grenze, wo auch gut und gerne zwei Jahre, drei Monate, zwei Jahre, sechs Monate ausgesprochen werden können. Und dann wären wir in einem Bereich, der nicht mehr bewährungsfähig ist. Weil nur zwei Jahre noch bewährungsfähig sind, zwei Jahre, ein Monat zum Beispiel, wäre nicht mehr bewährungsfähig. Das heißt, dann müsste ich in Haft. Wie geht es dann weiter? Sechs Kilo, acht Kilo, zehn Kilo, zwanzig Kilo. Es ist schwer zu prognostizieren, weil daran handelt es sich dann tatsächlich um sehr seltene Fälle. Also diese Fälle machen in der BTMG-Kriminalstatistik dann vielleicht das oberste eine Prozent aus. Da gibt es dann auch kaum Erfahrungswerte bei den Gerichten. Meistens ist man dann erstinstanzlich auch schon am Landgericht, weil die Staatsanwaltschaft sagt, okay, es ist eine Freiheitsstrafe auch von über vier Jahren zu erwarten. Dann wäre das Landgericht zuständig und nicht mehr das Amtsgericht. Ja, man muss sagen, je höher dann die Menge über vier Kilo hinausgeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir uns irgendwo in einer Freiheitsstrafe befinden, die auch über zwei Jahre hinausgeht. Das heißt, eine Freiheitsstrafe, die nicht mehr bewährungsfähig ist. Ab 10, 12, 14, 16 Kilo aufwärts wären wir dann in einem Bereich, wo dann theoretisch auch irgendwie vier oder fünf Jahre denkbar wären, wo es dann richtig unangenehm wird. Paradoxerweise gehen die Strafen dann relativ nicht mehr so progressiv nach oben. Das heißt, bei 20 Kilo, 40 Kilo sind wir dann vielleicht irgendwo bei fünf, sechs Jahren. Und je mehr es wird, desto weniger steigt dann die Strafe. Das heißt, jetzt auch bei einer Tonne hätte ich jetzt nicht irgendwie 12, 14, 15 Jahre zu erwarten, sondern sind auch gut und gerne dann noch sieben oder achtere. Das ist das Bizarre an dieser Mengenrechtsprechung. Aber alles in allem, je kleiner der Fall, desto konkreter und desto fast sicherer kann man eigentlich die Rechtsfolgen voraussagen. Und ja, hoffen wir, dass insbesondere bei den kleinen Fällen es demnächst keine strafbaren Handlungen mehr gibt, sondern dass wir endlich zu der Legalisierung kommen und keine Konsumenten mehr mit 15, 15 oder 25 Gramm mehr belangt werden können und dürfen. Alles ist es unser Fälle. ich in der Kal